Jo moin Leute, willkommen zu XFL Football League Woche 8, 7, 20, 23 mit den Predictions. Los geht's alle Spiele live auf Sport1 und Sport1 Plus oder Sport1 Plus. Heute um 19 Uhr live auf Sport1 Plus. Die Seattle St. Louis Battlehawks gegen die Vegas Vipers. Das Ganze geht 3 zu 35 für die Vegas Vipers. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 22 Uhr live auf Sport1 Plus Orlando Guardians unterliegen die Arlington Winnergates mit 3 zu 6. Dann morgen um 21 Uhr live auf Sport1. San Antonio Bremers unterliegen die Houston Warners 7 zu 14. Und übermorgen an Oster. Montag um 1 Uhr. Seattle Sea Dragons unterliegt Washington Defenders 22 zu 31. So das war's von Woche 8 der XFL Football League. 7, 20, 23 Predictions. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach unten. Vergiss kein Abo. Dann nämlich das Glöckchen. Das nicht vergessen soll aktivieren. Das verpasst dir gar keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann. Ciao.